Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars, mal endlich wieder mit Replay-Mod. Soll ich mich jetzt mit dem Grauen an? Oder soll ich es lassen? Ich glaube, ich lege es mit dem an, oder? Ist ja wahrscheinlich eine nicht so gute Idee. Wahrscheinlich bedeutet es nur ein Tod. Aber ist ja egal. Okay. was wird das jetzt fertig ist damit provoziert er nur durch die Brücke bau was ist das denn nein 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 oh mein Gott nein es war so gut und hab ich leider spätig abgebaut krieg ich so ne kacke aber auch nicht ne die nehm ich mal nicht mit er will mich eh töten Es tut, es tut, es tut, es tut. Ja, ha, ha, ha. Ich kann mir kaum leben. Hallo. Komm mal zu dir, ja, natürlich. Nee, du kommst ja nicht weg, Kollege. Ja, nein. Guck mal, der hat mich verarscht, der hat mich getribbelt. Ja, es tut. Oh mein Gott, aber ich muss vielleicht zurück. Ich greife mich gleich einer an hier. Er lebt überhaupt noch. Also, ich habe noch ein Bett und rot. Wenn jetzt natürlich einer von den anderen das rote Bett kaputt machen würde, das wäre natürlich richtig optimal. Was ist denn los? Was ist denn hier? Ich habe noch ein Bett und rot. Ich habe die falsche Falle aktiviert, naja. Da hinten ist der rote. Ja, der weiße Macht, ja, ha, ha. Ja, das läuft optimal. Dann kaufe ich noch eine Eisenrüstung. Oh mein Gott, ich habe irgendwas gehört. Weil ich nicht gehört haben möchte. Das war ein bisschen eine Enderperle. Aber ich glaube, das war eigentlich bei mir. Wahrscheinlich hat es was mit dem Gelben zu tun gehabt. Aber Angst habe ich gerade trotzdem ein bisschen. Okay, komm. Soll ich ihn, soll ich ihn, soll ich ihn, um ihn zu töten? Ich glaube, das ist eine gute Idee, oder? Weiß, wo ist dann seine Base? Ah, scheiße, nein, die ganze Mitte hier. Bei Anspruch, ich war noch gar nicht in der Mitte. Ah. Ich glaube, wir machen den Teiler, oder? Ja, leider. Scheiße. Der holt tatsächlich die ganze Normakte. dann kriegst du auch was du verdient hast das ist der tod nachkommen ja so ein nach dem weg 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 einfach weg einfach weg einfach weg einfach weg wer hat das ist die feuerbahn das ist nicht so optimal hat er ist da hinten mir kauft die feuerbahn stehst du dann würde ich sagen das war's mit der folge mein kopf bett was ich würde sagen bis zum nächsten mal und schau